Ja, und da sind wir mit der letzten Ausgabe zum Thema Bürgermeisterwahl Eisenhüttenstadt am 24. September. Ist es der denn soweit? Dann können Sie entscheiden, wer zukünftig Bürgermeister werden soll. Im Studio Frank Balzer, er ist der Bürgermeisterkandidat, gemeinsam noch mit zwei anderen, die allerdings unterschiedlich auf Sendung waren. Wir haben im vierten Komplex dann die Beantwortung der User-Facebook-Fragen und auch der E-Mail-Accounts, die wir hier eingerichtet hatten. Und da kam so ein bisschen was zusammen zum Thema Eisenhüttenstadt. Frank Balzer, willkommen im Studio. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Tja, die User haben einige Fragen gestellt. Wollen wir mal loslegen, oder? Ja, gerne. Bin ich schon gespannt. Also, Marco Rösler, in Hütte wird ja viel renoviert und nur leider haben wir noch ein Schandfleck, das LUNIG. Kann man nicht irgendwas mit daraus machen? Was würde denn Frank Balzer machen, wenn er Bürgermeister wird? Ja, als erstes würde ich ein Gespräch suchen mit dem Eigentümer, was natürlich die Voraussetzung ist, um zu hören, was er für die Zukunft vorhat. Natürlich gibt es auch von mir Ideen in der Richtung und im Rahmen meiner letzten Veranstaltung, die ich hier durchgeführt habe, kamen einige Vorschläge, beispielsweise ein Reha-Zentrum, ein Ärztehaus, was man entsprechend dort implementieren kann. Natürlich muss man das mit anderen Partnern abstimmen, aber ich denke, die Möglichkeiten gibt es und wir sollten nicht allzu lange warten nach der Bürgermeisterwahl, dass wir das relativ schnell angehen. Jana G., also datenschutzrechtlich werden wir mal lieber doch nicht die Nachnamen nennen. Wie werden die Kandidaten das Problem mit den zu Unrecht eingeforderten Gebühren der Altanschließer umgeben? Es muss endlich eine anständige Lösung her. Wie sehen Sie das? Also, ich hatte mich ja auch mit anderen Stadtverordneten überwiegend dazu schon positioniert, dass die Altanschließer entsprechend der Beschlusslage des Bundesverfassungsgerichts auch entsprechend entschädigt werden. Und sollte ich wirklich Bürgermeister werden, werde ich dieses Thema wieder auf die Agenda setzen, um entsprechend im TRZV das Thema nochmal anzusprechen. Dann haben wir noch eine weitere Frage hinsichtlich der Kinder unserer Stadt. Was gedenken die Kandidaten für die Förderung der Kinder unserer Stadt zu tun? Modernisierung der Einrichtungen, Bereitstellung von Lernmitteln, Förderung der Vereine und so weiter. Das ist ein sehr großer Komplex. Wie gesagt, Bildung ist das A und O für uns. Und ich habe auch gesagt, dass Bildung kostenlos sein muss für die Zukunft. Wir müssen unsere jungen Leute hier entsprechend ausbilden und qualifizieren, dass sie auch hierbleiben. Und da geht es in der Kita los. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir entsprechend in der Versorgung, Essensversorgung dort noch weiter vorankommen müssen. Wir haben als Stadtverordnete schon die Gebühren entsprechend gesenkt. Das entsprechend nicht nur, sagen wir nach dem Geldbrüttel der Eltern, die Kinder betreut werden, sondern auch kostenlos. Des Weiteren bin ich im Gespräch gewesen in den letzten Wochen mit Sportvereinen, mit Kulturvereinen, um dort auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt. Und da haben wir natürlich eine ganze Menge zu tun. Auch in den Mitteln, die bereitzustellen sind. Wir haben als SPD-Fraktion einen Antrag eingereicht, um die Grundschulen zu verbessern, die technische Ausstattung dort zu verbessern. Der ist auch durchgekommen. Der wurde leider beim ersten Mal von der Bürgermeisterin beanstandet. Aber in diesem Jahr, erstaunlicherweise, ist er dann von allen Seiten entsprechend positiv beschieden worden. Und wir haben dort schon den richtigen Weg in die Richtung, dass wir unsere Grundschulen verbessert ausstatten können. Dann kam die Frage, die Geh- und Radwege in unserer Stadt sind vor allem Ortszell Fürstenberg katastrophal. Mit einem Rollstuhl vom Altenheim Seeberge in Richtung Königstraße zu fahren, ist unmöglich. Gibt es Pläne, dies in naher Zukunft zu ändern? Das sind also ganz spezielle Fragen. Konkret, das finde ich auch richtig. Und ich war auch dort vor Ort bei der AWO-Stätte für Senioren, um zu schauen, wie das da aussieht. Natürlich muss man sich mit den Anliegern dort verständigen, weil so ein grundhafter Ausbau, ein richtiger Ausbau kostet Geld. Und da muss man sicherlich schauen, wie entsprechend die Anlieger belastet werden. Aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema, auch nicht nur in Fürstenberg, sondern auch in der Stadt. Es gibt schon im Rahmen der Prioritätenliste einige Mittel, die bereitgestellt werden für die Verbesserung der Straßen und Gehwege. Und ich denke mal, da müssen wir noch viel mehr investieren. Mirko N. fragt, wie wollen Sie die Jugend und die Vereinsarbeit wieder zusammenbringen? Jeder Verein braucht einen Ort, wo er wirken kann. Und durch den angesetzten Rotstift ist dies in Schieflage geraten. Also es geht immer wieder auch um die Jugend in dieser Stadt. Ja, ich hatte letzte Woche ja ein Jugendforum in Schleichers für 15- bis 18-jährige Jugendliche der Stadt, die entsprechend aufgrund unserer Intentionen sich selbst mal Ideen geben konnten, wie sie die zukünftige Stadt entwickeln wollen und was für Ideen es da gibt. Die haben wir aufgenommen, die werden wir entsprechend auch publizieren. Wichtig für mich ist natürlich, dass eine Ausgewogenheit der Vereine da ist in der freiwilligen Förderung natürlich. Momentan ist ja die Kultur etwas, sag mal, stärker ausgeprägt. Und ich bin natürlich bereit, auch für die Sportförderung entsprechend da Unterstützung zu geben, um den Kindern wirklich nach der Schule eine Freizeitgestaltung zu geben. Natürlich ist nicht nur die Vereinsarbeit wichtig, auch die offene Freizeitgestaltung. Wir haben eine ganze Reihe engagierter sozialer Träger für die Jugendhilfe. Und entsprechend, die sind auch mit einzubinden, damit wir wirklich ein breites Angebot unseren Kindern und Jugendlichen geben können. Dennis B. Was möge der Kandidat für die Stadt ändern, dass die Stadt wieder interessanter für Jung und Alt werden? Gut, war schon ähnlich wie die Frage. Ähnlich, aber wir arbeiten ja die Fragen ab, die die Facebook-Gesetzungen gestellt haben. Ich muss das nochmal bekräftigen und deshalb finde ich auch wichtig, dass man gerade für die Fragen Jung und Alt gibt. Und ich hatte auch am Donnerstag für die älteren Mitbürger der Stadt eine Veranstaltung Mobil und Sicher, was natürlich ein ganz wichtiges Thema ist. Da spielten wieder die Straßen und Gehwege eine Rolle, auch die Mobilität in der Stadt. Da gab es zum Beispiel die Frage, kann man denn entsprechend die Buslinien anders gestalten, um von A nach B etwas schneller zu kommen und nicht eine Weltreise durch Eisennüttenstadt zu machen, wenn man um 18 Uhr vom Bahnhof kommt. Und ich denke, da haben wir eine Menge Potenzial, aber auch Aufgaben, die entsprechend zu lösen sind. Dann ist Sonja es, wie wäre es, das Lönig umzubauen und ein paar neue Ärzte herzuholen, ob Augenarzt, Kinderarzt und so weiter. Wer will schon mit dem Krankenkind mit dem Zug nach Frankfurt oder Gruben fahren? Das ist natürlich von jungen Familien eine wichtige Geschichte. Ein richtiges Problem und das kam mir auch entgegen und da muss man natürlich mit den Verantwortlichen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Badenburg sprechen, um gemeinsam Möglichkeiten zu finden, junge Ärzte oder Ärzte überhaupt hier herzuholen, auch Fachärzte. Wir wissen, dass die Augenärztin die letzte auch in nächster Zeit geht und ich bin auch mit ihr im Gespräch gewesen, sie auch mich unterstützt in der Richtung Nachwuchs oder Ersatz zu bekommen, was natürlich einfach ist. Und da muss man Anreize schaffen, ob im Wohnraum, ob mit Krediten, bei der Übernahme einer Praxis. Das denke ich, ist möglich und da sollten wir schon als Stadt wirklich ein Auge drauf haben. Dann haben wir noch eine Frage bekommen und zwar, wie oder was sind die Konzepte, um attraktiver für Firmen zu werden, um Industrie anzuwerben und damit einen Aufschwung in der Stadt zu erreichen? Also ganz wichtig ist für mich der Breitbandausbau im Rahmen der Digitalisierung 4.0, was ja immer in den Medien kursiert und Arbeitswelt 4.0. Hier würde ich den Unternehmen die Chance zu geben, über diese Medien auch besser in die Welt zu kommunizieren, entsprechend Auftragseingänge zu bekommen, sich besser zu präsentieren und natürlich auch den Steuersatz nochmal entsprechend zu überprüfen. Wir sind auch sehr hoch in unseren Gewerbesteuern und wenn man in Richtung Durchschnitt des Landes Brandenburg geht, kommt man den Firmen entsprechend auch schon entgegen, um hier möglicherweise doch mehr Initiative zu initiieren. Nun gibt es wie vorhin mit dem Altenheim natürlich ganz spezielle Fragen. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, die vielleicht zu beantworten. Peter K., warum gibt es in der Stadt keinen DM-Markt? Mir ist bekannt, dass der Drogeriemarkt neben Lidl bauen wollte und nicht darf. Also gut. Das kann ich, muss ich ehrlich sagen, kenne ich so nicht. Ich weiß, der Lidl ist gebaut worden, daneben ist der Aldi ausgebaut worden und momentan ist da gar kein Platz für eine weitere, sag mal, Investitionen. Und wir haben jetzt durch die, sag mal, weitere Ansiedlung im City Center mit einigen, sag mal, Gebäuden oder mit Firmen, die entsprechend Angebote machen, muss man überprüfen. Es ist nichts ausgeschlossen, aber momentan sehe ich da nicht so die Möglichkeit, einen weiteren, sag mal, Drogeriemarkt aufzubauen. Franz K., wieso brauchen wir denn überhaupt einen Tourismusladen, wenn der nicht auf hat? Am Wochenende ist da meist geschlossen. Ja, ich hatte ja schon... Also, Tourismusladen meint ihr sicherlich... Ja, im Tourismusverein in der Lindenallee. Den Tor, ne? Genau, und ich hatte ja in einer der vorangegangenen Sendungen schon gesagt, dass ich die Tourismusaktivitäten wieder in die Stadtverwaltung hineinbringen möchte. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing ist das ein wichtiges Thema. Und dann kann man natürlich mit mehr Personal auch entsprechend das abdecken. Und er hat recht, Tourismus muss von Montag bis Sonntag natürlich gestaltet werden. Braucht man natürlich Personal und das ist natürlich dann abzuklären. Dann haben wir eine weitere Frage, solange da kommen wir glücklicherweise zum Ende. Warum sehen die Gehwege in Fürstenberg so ungepflegt aus? Das sieht überall aus, wie blühende Landschaften. Das ist tatsächlich ein Thema, also ich kann es bestätigen. Das ist nicht nur in Fürstenberg so, das ist richtig. Und dann müssen die Verantwortlichen dann gemeinsam mit den Auftragnehmern reden, die entsprechend dann mal durch die Stadt gehen und das entsprechend befrieden. Wir haben natürlich das Problem, dass viele Flächen zurückgenommen wurden, auch als Parkflächen. Und diese genauso, sag mal, unerträglich aussehen. Und da muss natürlich relativ schnell gehandelt werden. Das ist natürlich, wenn Gäste kommen, wie zum Tor und überall sprichst du es aus den Gehwegen raus. Man kann es auch gepflegt darstellen und wie gesagt, ist etwas Geld in der Hand zu sehen. Also ist ein Thema, ja? Ist ein Thema natürlich, weil es stattbildet, wenn Gäste kommen, wie sie sagen, und sehen dann, wo die Ecken, die nicht so attraktiv sind, dann sagen sie, was ist denn hier los? Die letzte Frage geht an die Alten und zwar, warum soll auf dem zentralen Platz ein Altenheim gebaut werden? Es gibt doch genug andere Orte, wo man ein Altersheim bauen kann, wo es für die Alten ruhiger ist. Gebe ich recht. Der zentrale Platz ist ja im Rahmen einer Neujahrsempfangsaussage getätigt worden. Die Stadtverordneten kannten das vorher nicht so. Und ich sage auch, es gibt einige Objekte, auch städtische Objekte, die möglicherweise dafür genutzt werden können. Die muss man sich anschauen und dann natürlich gucken, wie weit da entsprechend finanzielle Mittel notwendig sind, um diese zu gestalten oder ob es wirklich ein Neubau sein muss. Weil ich sage mal, wenn man saniert, ist natürlich auch mehr Geld in der Hand zu nehmen aufgrund der Auflagen, die es gibt. Und es gibt ja das neue Gesetz, wo sagt wird, dass es nur noch Einzelzimmer geben soll im Altenheim. Momentan im städtischen Altenheim sind ja noch Doppelzimmer. Und das muss man entsprechend auch nach prüfen. Okay, das waren, liebe Zuschauer, Ihre Fragen zu den Bürgermeisterkandidaten. Wir sind jetzt so komplexmäßig alles durchgegangen. Danke nochmal an all diejenigen, die Fragen gestellt haben und danke an die Beantwortung von Frank Balzer. Er stellt sich zur Bürgermeisterwahl am 24. September gemeinsam mit der Bundestagswahl. Also zwei große Wahlen hier für Eisenhüttenstadt. Und ja, es wird spannend. Und wir sehen uns dann am 18. September zur Konfrontation der Bürgermeisterkandidaten hier im Oder-Spree-Fernsehen. Denn wenn es ausgeschreit wird, klar, so circa gegen halb am 18. September immer in der Wiederholung. Können Sie sich also ausreichend dann informieren. Danke für das Kommen und wir machen jetzt weiter.